So, dass wir sie hintenrum, nicht direkt durch die Veranstaltung zu vorne, sondern hintenrum an einen exponierten Ort bringen, wo sie auch gute Mütter machen können. Zu ihrem Schutz ist es wirklich notwendig, dass sie zusammenbleiben. Wir können das auch nur gewährleisten, dass sie an diesem Ort stehen können, wenn sie auch zusammenbleiben. Und ansonsten bin ich gezwungen, den Kollegen auch zu sagen, dass sie den Ort verlassen müssen und außerhalb der Absperrung sind. Wir sind sehr dicht dran. Wir haben bewusst uns entschieden, sie als Pressevertreter auch in so eine Situation zu bringen, dass sie gute Bilder machen können für ihre Arbeit. Dafür erwarten wir aber auch. Und damit legen sie für heute und auch für die Zukunft. So ausdrücken möchte ich das nochmal sagen, für heute und auch für die Zukunft, ihre zukünftigen Möglichkeiten fest. Gibt es Fragen? Wie viel dicht Sie rankommen, das meine ich? Also das hat jetzt was mit einem gewissen Vertrauensvorschuss zu tun, den Sie im Moment genießen.